hallo leute und willkommen zu folge 2 von let's play league of legends und diesmal mit einer hey pre-made truppe komplett heute wieder mit mir mit dem aufholen mit golden awesome man wie ich schon in der letzten Folge sehen und heute Lara besser bekannt unter Lara und das Gebiet besser bekannt als Lorenz sag mal hallo also gut gemacht Lara auf geht's ja auch ist doch siehst wie schüchtern ist da ist nicht schüchtern also gar nicht das Lachen das war so wie gesagt vorhin also aus Gründen der Professionalität werde ich jetzt habe ich den Ton da im Ladebildschirm rausgeschnitten ja das war intellektuell sehr anspruchsvoll ja wohl nicht dass das ganze ab 18 Uhr online geht das geht nicht also bei den Gesprächen da aber es gibt so einige Sachen die stehen noch aus ne Prozent 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 es wird in der Fall ist ein bisschen anmachen dass man auch auf Stiller und Stärkung jetzt konnte noch mal es kann jetzt auch hier drinnen steht eine Frage, weil es jemand interessiert ach so, ok, ist etwas interessiert also mich interessiert es nicht, ich rolle rein Gegner der Richard Jungler startet beim Red ich würde dort gar nicht durchlaufen ich verstehe aber auch nicht warum sie alles beim Red abhängen weil da ein stärkerer Pult ist G&G Surrender 20 ja Aries Gold 2 übrigens das kriegst du echt danke Leute nur mal gucken ah, der Tacker ist nur mit dir gegangen na dann dann sollte es laufen das geht schon I believe in the Tackle ich auch los, Tacker, Tackle-Attacke bitte warte hier ist nur das Nidale hmm ah Nidale all the Beaks oh ich werde dafür, wir reporten alle ohne Skin au, die macht schade nun G&G aber was macht die jetzt? ich sei fast für das Blatt ach, kratsch, das sieht so aus, das sieht so aus das sieht so aus ich kann auch nicht dafür, dass ich so aussehe Diskriminierung 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 soo also, wo sollst du als erstes zurollen? ja, und immer die Bobline alles klar ja, du kannst mal, ich push gerade ein bisschen, du kannst mal Top-Counter-Gang kommen ähm pfff nö ich glaub bei dir sieht's relativ stabil aus also oh, du hast es verstanden ja, aber der Noxer schon echt sehr gut oh nice sehr gut und so Sachen nehm ich natürlich nicht auf deswegen hab ich dir gesagt, dass ich ganz gerne mehrwesenserschen hätte oh shit wisst ihr, die Mädels, die schaffen das ja ja oh, das ist, äh, Frauen-Power das ist ja auch nicht schön ich mein' ich hab, aber ist egal ich komm mal zu euch meine Fahnen ist noch ein bisschen unterhören es war gut, dass ich helfen konnte ich geh in die Mitte niederlehr, hör auf mich so dumm zu bewegen power hat's, äh, geworrt, Markus? ist er nicht wenn ihr Noctan seht, sag mal bitte Bescheid schuld, trotzdem das ist Klamm er kommt zu dir auf Vorsicht ja, okay jetzt ist halt pushen nicht so optimal da kann ich nix machen, sorry du machst gut, Scheidende aber sie auch sie auch direkt von Jenna oh Jenna Vorsicht Doktor vom Grunde äh, noch M-O yes ja Jenna schön dieser Traven dieser Gay Traven so, ich komm halt bei euch dazu, weil wenn du jungler kommst, dann mach ich mit ey, aua die Flammlung richtig es sah so aus als ob ich schlag zu Achtung, ich go ich geh los ich geh los ich roll 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 los ach, müsste ich mal back gehen ja ich geh auch back komm, ich geh back oh, top im Moment sieht alles sehr, sehr stabil aus, muss ich sagen oh, oh, das Niederleck kommt nicht auf uns werfen nicht auf uns werfen nicht auf uns werfen weil das und soll es gut ich habe regelmäßig im Stuhlgang, danke der Nachfrage oh, das ist auf der Botlane, da komm ich mal dazu ja, die wollen mein Hammer, geht weg ja wollen wir mal die Nitali töten Nitali 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 also ich bin bereit soll ich draufgehen ja, geht drauf nein, hier auf die Oschi ja, ich hab die Oschi getroffen oh, 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 Vorsicht nicht mehr bis Klock mal noch was erst schon nice ok, das weiß man für extra aah boah, bin ich in eine Falle reingetappt warum tust du mir das an? hast du schon wieder cast, oder? Entschuldigung ja, aber doch oh das war kein Killsteal ich war einfach nur schneller echt anders echt anders du hast einfach zu langsam so, aber das ist nicht schlecht was heißt ich kann mir jetzt schon mal meine Tapis holen ich glaub Riven ist die Seed ok oder Gerage Kill, ich weiß ich hab auch noch Gerage Kill oder Gerage Kill oder Gerage Kill aber guck mal, mir macht die Nitali beim Sperren nicht so viel Schaden wie dir, warum? a la Markus, warum bist du schon da bis 7? Ich bin kurz vor Level 5 ich hab doch gut ich hab doch gut hast du irgendwas drin für Erfahrung, Markus? wieso? weil ich einfach kurz vor dem 5 bin, obwohl ich zwei Kills habe und du hast eigentlich aber erst Mitte ich hab die aus ich hab機 ich hab mich auf der Topline getötet, weil er hier für Riven übernommen hat also es heißt also mein Lieblingsdruck oder mit dem Mann ich wollte meinen den Gegner ist ganz oben und kommt und die sind beide schon wieder schön auszutöten er wird schon ein bisschen wir sind ja ich wollte gerade auch ich habe sogar nur in der Welt ich bin ich bin da was soll die das ist so praktisch das ist ein Stückchen näher also nein 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 da war die Kamera ein Gleis das wäre ein schöner Kling gewesen ja das ist etwas los, das wurde nichts da konnte ich mich machen, sorry ich will die ich hab einfach keine Ahnung ah ich glaub wenn dann müsste Carsten nochmal kommen so ich glaub ich komm auch mal ich wollte mir zwar Red holen aber komm Lara brauchst Blue wer? du du Blue, ja Markus hat Blue dann hättest du mir gerade den Gegnerischen geben können und ihm unseren wenn du deinen nicht willst nimm sie ich bin auf dem Weg und go 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 Power Rangers oh Leute ich hab die sie, das kann er nicht machen mit mir aber check er sich auch oh Leute oh Leute oh Leute und schuldigen Tauerns ahaha oder auch nett ahaha oder auch nett ahaha okay ah was ist das weh? jo du Arsch oh Leute was hast du mit denen gemacht, hab ihnen gar kein Geld mehr ja die haben ja schon abgemesselt ich hab gerade die sieben und fahrt machen fertig okay ich hab einfach die sieger hatten mit mir so weit im Fernsehen ich hab jetzt 0,06 ich brauch noch mal eine Schuss bitte naaaah nein das war dumm das war dumm das war's nicht oh das war nicht meine beste Aktion raus, das war ich nicht schuss, 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 schuss verdammt, Janet, du bist schuld was will Ari jetzt bei uns tun? wo muss? wie soll gehen? sagen wir gehen einfach zu 5m und finishen okay, das schmeckt aus was dies kostet zwei Jahre die Töte und Bewege ziemlich lustig was ich stolte hm, Schokolade die ist nicht abgelaufen das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, was draufsteht übrigens habt ihr gewusst, dass man das abschaffen will warum? was denn? das ist Mindesthaltbarkeitsdatum weil's zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden obwohl die eigentlich noch gut sind wegen Mindesthaltbarkeitsdatum und da gibt's doch diese komischen Kerne, die da Containering machen können sie da weitermachen müsste sie nicht bezahlen Container Rape? ne, diese komischen da, die immer in Containern nach Lebensmittel graben das nennt sie Studenten ne, Containering oder so heißt das das ist eigentlich erlaubt sein, weil ich find das nicht in Ordnung hm? ja die müssen erlaubt sein für was ja die sind einfach gar nicht verklagen wenn du der hier im Müll das Zeug rausholst, was eigentlich gut ist das ist so behindert, weil die dürfen das doch eigentlich machen, wir haben kein Geld hier ja, äh, das dürfen sie eben nettes Gesetzgelegen rechtlich gesehen gehört der Abfall halt weiter im Supermarkt und den Bedarf raus, Klaus glaubt, ich müsste eher noch bezahlen gehen ich komm da runter ich meine, du könntest dir auch vernünftige Lebensmittel hohen, komm wir machen mal die Bot, die Toplane fertig oh ne los mir, los mir, los mir ja jetzt hab ich 007 Windborn go go push 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 the tower is almost there oh, was das das ist viel zu einfach das ist viel zu einfach auch nicht drunter kommen von hier oben oh nein, die sind bloß gedrückt ich hab mir das zu dritt gegen eine Ari ich bin mir nicht sicher ich geh mal gucken oh, es lockt euch grad, siehst du es ich hab dir gefallen oh, ihr sterbt gleich alle drei, Ari fötet euch alle ja, bestimmt schon, hast du es gesehen? oh, es war knappe Kiste, ich hab bestimmt ein Drittel vom Leben verloren in HIPITOR ich kann man grad noch zusammen holen saulustisch, wie das hier und da unten überhaupt nicht interessiert ja, die haben ja auch zwei Leute weniger oder ein, oder? nein die Riven ist weg das ist auch nur ein bisschen minderbedarf das ist nicht trotzdem können sie mal weniger in den HIPITOR treffen ok, jetzt sollten wir backgehen weg, einfach weg, einfach weg ich wollte bloß gucken, wieviel Schaden ich mache nein, 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 nein nein, nein, nein 151 vorsichtig no nicht, Blutdürstung soo gut aber wir gehen auch in der Mitte die beiden hier töten so gut alles klappt genau bin auf dem Weg ach, dafür muss ich nochmal eben Fähigkeit ansetzen was saulustisch uuuh jetzt kommt ein Darden ah, das ist leider das ist mal sauconfusing, wenn auf einmal die Echse da wieder angerollt kommt na ich wollte es das tun du du wieso nehm ich achso, ich bin in die Falle reingerannt ich bin gar kein Acht drauf gehabt ey wo sind's die denn alle? machen wir Drake? Leute wir können mal zum Baron gehen, komm wir machen 15 Minuten Baron alles klar geht das schon? nein sie ist nicht auf der Karte oh aber der kommt ja nicht weg der kommt bei 15 Minuten, sag ich doch nicht Drake ach, den brauchen wir jetzt ist langweilig ja, aber den können wir doch auch nicht holen jetzt seid aber zu spät beim Baron nein komm, auf geht's Leute, auf geht's vorhin hat die Nieder aus dem Weg ronnt die hat man Fahrmann gepackt, das ist nicht nett die hol ich mir, die hol ich mir, die hol ich mir, die hol ich mir, ah komm her, komm her, komm her, komm her, komm her hab's im jetzt die red? und? Baron? da steh die Frage sie sind so fertig so fertig ein dritt schaffen Aaaaaah, ich tank das Ganze. Ich geschält es. Ja, wir müssen uns mit Tanken abwechseln und ihr müsst aus der Suppe rauslaufen. Nö! Ich glaub, die kriegen die Krise, wenn man jetzt mit bei einem ankommt. Stopp. Gibt's gleich gleich? Gell. Easy. Okay. Ich muss noch ein bisschen fahren, ich hab Goldmann. Ich hab auch Goldmann, ich hab nur 2180 Gold. Oh, das ist traurig, ja. Wer kann so darf ich sein? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. Was ist denn der erste Mal mit Baron? Das ist geil. Super-Fall Surprise. Easy peasy. Surprise, meine Frau. Komm, zählt die offentliche oder was macht die da? Die ist blind und besoffen. Ist so lustig. Oh nein, anspälen. Oh nein, die holt sie. Ich werd sterben, yeah. Wer hat sich eigentlich gewagt zu sterben? Sorry. Verdammt. Der Support. Dieser Support ist einfach okay. Ist nicht zu stoppen. Ja. Wo sind die? Nein. Gib mir ein paar Sekunden, dann kann ich tanken. Ja, wir gehen einfach gleich in der Top. Dann wird auch gleich da. Okay, so, was soll denn noch so? Und als 20 Minuten fertig machen wir auch nicht. Dann muss packen. Ja. Das News vontade. Da sind sie flüssig. Nicht die die Leute haben, wenn man kein Ermerkt Ich will nicht. Obatt, dass wir die Zukunft şeyest. Oh nein, bitte. das Spiel hat sich auch selten das wollte ich noch nie ich meine das ist halt ein bisschen doof für die gewesen das jetzt die Dings ja vielleicht ich wollte gerade sagen wir haben am Polen 4 zu 5 gewonnen war ja aber das stimmt und das ist Kenkoch alle Fäbchen, wer macht das ernsthaft aus, das ist krass die G-Ride ich bin zwar nicht, Leute also das ist was sau übel haben die überhaupt einen K-Gel gemacht? ja das war ich krass als der Tower gelaufen ist für die Moral vom gegnerlichen Team guck dir das mal an das hier keiner von denen außer die A-Ride hat Ecke was ist das? 1-0-2 0-6-1 0-6-0 0-2-0 ey die Riffen ey 0-1-0 das gleiche machen wir jetzt nochmal und noch aber ich würde sagen diese Folge beende ich mit diesen Worten auf Wiedersehen 0-3-0 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 Untertitelung des ZDF, 2020